We'll give you a bit more to do now. When you hear five chairs, you'll have to answer with... Ich kaufe fünf Stühle. I buy five chairs. But don't worry, we'll give you enough time and keep the numbers low. And remember, you're here to learn, not to know. Let's start. Five chairs. Ich kaufe fünf Stühle. Two tomatoes. Ich kaufe zwei Tomaten. Three lamps. Ich kaufe drei Lampen. Five pens. Ich kaufe fünf Kugelschreiber. Six plants. Ich kaufe sechs Pflanzen. Ich kaufe zehn Äpfel. Seven posters. Ich kaufe sieben Poster. Ich kaufe zwei Handys. Three radios. Ich kaufe drei Radios. Eight watches. Ich kaufe acht Uhren. Nein, ich kaufe neun Schokoladen. Nein, ich kaufe neun Schokoladen. Nein, ich kaufe neun Schokoladen. Ich kaufe fünf und Schokoladen. Ich kaufe neun Schokoladen. Ich kaufe seyed Spirituality.